Ja, ihr lieben Videokünstler, jeder der heute ein Handy hat, nimmt sein Video mit dem Handy auf, wo immer es geht. Und zwar komischerweise immer in diesem Format. Warum eigentlich? Wenn er irgendwas zeigen will, muss er von links nach rechts schwenken und so weiter. Und das ist ja eigentlich furchtbar. Das ist sehr unruhig. Warum wird nicht so aufgenommen? Dann habt ihr das so, wie es euer Bildschirm am Computer zeigt, wie es euer Fernseher zeigt. Und das ist eigentlich heute normal. 16 zu 9 nennt sich das für die, die noch keine Ahnung haben vor allem. Also ich wünsche euch viel Vergnügen und denkt doch mal darüber nach.